Willkommen zu einem ja so ein Tutorial wie ihr die 100% bekommt das erste was ihr mal müsst ist euch auf den Social Club registrieren da die meisten das schon haben für GTA Online für die Special Feacles und für die andere wird das höchstwahrscheinlich sehr einfach sein denn gibt es zwei Arten um drauf zu kommen die einfachste ist einfach hier drauf zu klicken was da unten steht dann Checkliste ihr könnt es aber auch so machen und dann hier und dann auch Checkliste und dann überall wo hier so ein Strichwort steht müsst ihr mal für die 100% und hier seht ihr auch noch die was ihr sammeln müsst ich werde mal alles anschalten so die Karte von den Briefschnipseln und Raumschutzteile ist hier auch ich hoffe euch gefällt dieses Video und bis zum nächsten Mal von euch von euch Untertitelung des ZDF, 2020